hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls19 meets reality auf der grünen felder land so wir fahren jetzt zum herrn grüner rüber und leihen uns einen tieflader aus aber ich habe gerade ein problem ich habe ja gar kein lkw dabei es war natürlich wieder sehr gut geplant ich wollte eigentlich mit dem lkw hinfahren wir holen den tieflader damit wir meinen harvester endlich mal wieder aus dem wald holen können der städter glaube ich seit knapp zwei jahren im wald gefühlt und realistisch glaube ich seit einem jahr ich sehe gerade von der gemeinde die gemeinde hat ja auch ein tieflader da stehen glaube ich nehme einfach den von der gemeinde es ist sowieso keiner da der hier aufpasst so städte so und so einfach den hier immer einfangen oh gott Ich bin ja absolut kein Immer-End-Film. Ich mag den Tatra viel lieber, weil der hinten noch eine Lenkachse hat. Mit drei Achsen finde ich den deutlich stabiler. Deshalb mag ich ja gar keinen Immer-End-Fahren. Aber naja, wir nehmen das, was da ist. Weil selber habe ich keinen Tieflader. Und jetzt erst zum Hof fahren, einen Tieflader holen. Einen LKW holen, um dann wieder hierher zu fahren, um den Tieflader abzuholen. Das ist alles Zeit und Zeit kostet Geld. Ich glaube, die haben gerade das Bier abgeholt für die Party. Cool. Nice. Das passt wahrscheinlich gerade damit zusammen, wenn ich dann meinen Harvester abgeholt habe. Oh, stimmt. Da liegen auch noch Baumstämme rum. Naja, mit denen werde ich halt nun nichts anfangen können. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. So... So... Folgera, hallo! Hallo, ich bin euch hier! Jo, servus! Jo, du bleibst! Ja, wir haben gesagt, du meldest dich! Ja, jetzt melden! Äh, ich bin gerade am Verladen, wo mein Papa ist, ja? Dann fahr ich zum Hof, dann würde ich vorbeikommen. Okay, fertig. Ja, ich bin eh noch auf dem Weg. Ja, ich hab's ja gerade gesehen, ne? Jo. Gibt's von der Gemeinde, von dem Anhänger, gibt's da eine Verbreiterung? Ja, da sind auch Bretter drauf. Ach stimmt, ja. Sehe ich auch gerade. Ähm... Ja, weißt du, ist ein bisschen überfreit? Ja. Gut, dann bis später. Boah! Ciao! Ciao! ... ... ... ... Das ist der Wissen. Das ist der Wissen. Ein Wissen. Ein Wissen. Sehr gut. Dann machen wir uns mal los. Ich verliere ihn nicht. Eigentlich habe ich den schon gut gesichert. Ich verliere ihn nicht. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Aber auch nicht wieder einen Unfall bauen. Brauche ich jetzt nie nochmal im Rollstuhl sitzen. Darauf habe ich keinen Bock. Was hat denn der für einen Bremsweg? Alter. Ey, die Bremsen sind voller Marsch. Klingeling. Hey Senormann. Yo, folge hier. Hey, hast du die anderen auch eingeladen? Wen? Die Blaubeeren-Gebrüder oder so. Ach so, ich muss den Herrn Nimmersatt noch Bescheid sagen, dass es bei ihnen stattfindet. Oh ja, stimmt. Das sollten wir auch noch machen. Ich rufe mal bei den anderen durch. Dann rufe ich mal den Nimmersatt an. Ja, okay. Gut, bis dann. Ciao. Ciao. Ja. Dingelingeling. Herr Nimmersatt. Ja, Volker Faruna hier. Guten Tag. Grüße, Herr Faruna. Ähm, ich wollte Sie nur informieren, dass wir gleich eine Poolparty veranstalten. Ah, okay. Wo denn? Äh, bei Ihnen hinterm Haus. Deswegen ist der Herr Neumann mit dem Bier hier. Ja. Äh, doch, wir machen hier so einen kleinen Überraschungsbesuch. Das ist ja lustig und cool. Ja, ich dachte, da sind Sie doch mit dabei. Ja, absolut. Gut. Äh, wir sind gleich da. Absolut kein Problem. Gut, bis gleich. Bis gleich. Also die Sonne brennt heute so, deshalb sind wir da vielleicht ein bisschen vergesslich. Das kann möglich sein, aber es kann jeden Mal was passieren. Gut, bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Ciao. Boah, der hat ja nicht so viel dagegen gehabt, ne? Äh, so, hallo. Türchen auf, schickes Autochin. An die Kiste. Äh, vorwärts wäre gut. Gut. Götchen zu. Mmmh, mh, 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 mh. Götchen zu. Karotten, Soja, brohnen. So, Klappe noch zu. mh, 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 mh. Dann machen wir uns mal auf den Weg hier, ne? So, kleine Poolparty. Äh, warte mal. Stopp. Wann sich nicht mehr aus? Los. Low Skates. Ich bin jetzt gar nicht gewohnt, so tief zu sitzen. Ich bin immer normal gewohnt, weit oben zu sitzen. Traktor, LKW. Jo, Volker, warum? Na, lo? Äh, hier ist der Norman. Jo, was ist los? Jo, der Nimmersatt hat zwar einen Pool, aber da ist kein Wasser drin. Nein. Boah, wir müssen, dann fahren wir zum See unten. Ja, ja, äh, weißt du, wo der, wo, da an die Badestelle? Äh, wo der Weg durch den Wald führt? Mhm. Ja, okay, dann treffen wir uns da. Gut, bis gleich. Alla, rufst du den, äh, soll ich den Charlie nochmal ansagen? Äh, du bist ja gerade beim Nimmersatt, oder? Ja. Ja. Kannst du dem ja Bescheid geben. Und ich ruf den Krüger an. Ja, perfekt. Gut, bis gleich. Bis gleich. Klingelingeling. Ja, grüger. Herr Krüger, Volker hier. Ja, grüger, Volker hier. Äh, wir haben uns spontan gedacht, bei dem geilen Wetter, dass wir uns, äh, zum kleinen, äh, Untrunk treffen. Ja. Kennen Sie, äh, den, äh, das Kiosk am See? Ähm, nein. Das ist, äh, wenn Sie aus hellen Bergen rausfahren, da wo der Wasserturm steht, da geht's nochmal rechts in den Wald rein. Ja. Oder ich hol sie gleich ab. Dann schau mal, aber der Neumann hat gerade angerufen, der hat gemeint, er macht eine Poolparty. Ja, das Problem ist, beim Nimmersatt, da ist kein Wasser im Pool. Ach so. Ja. Bisschen doof. Okay. Deshalb haben wir jetzt gut geplant. Okay. Ich bin auf Feld 84. Jo, ich komm vorbei. Gut, okay, danke, dann bis gleich. Bis gleich, ciao. Ciao. Ja, liegt ja, glaube ich, auf dem Weg. Ah, der hat ja kein Wasser im Pool, ey. Naja, dann holen wir jetzt gleich einen Krüger ab, äh, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.